Wenn ich mir gerade unser Schiff so anschaue, gar nicht mal so schlecht, dass wir diesen Raketenwerfer nach draußen haben. Das wirkt so, als hätten wir drei aktive Waffen. Ist aber nicht so. Aber erst einmal, hallo derseits, willkommen zurück bei Faster Than Light. Die Rebellen springen doppelt so weit, weil ich nach diesem Schiff hier gesucht habe. War wohl nicht so schlau, aber jetzt müssen wir mit zurechtkommen. Was war das nochmal für eine Drohne? Antikampfdrohne schießt auf Kampfdrohne. Meinetwegen. Das Blöde ist, die Ion Bombe lädt schon ziemlich lange nach, aber dafür ist sie auch ganz schön effektiv. Wenn sie den trifft. Wenn ich sie mal nicht will, dann kann ich ja immer noch den hier zuschalten oder ich hole mir hier noch eine Ausbaustufe. Energie nicht zwingt, habe ich hier noch. Aber dann kann ich bei Bedarf die noch aktivieren. Wenn es zu eng werden sollte. Schnellvorleser, die haben bloß ein Schild, dann... Ja, die reparieren schnell. Die Ion Bombe wird dann auch gleich zum Einsatz kommen, aber erstmals überlege ich, ob hier oder hier. 25 haben die Lebenspunkte. Lang. Lang. Gut, die Schilder. Die rücken gleich aus. Ja, verfehlt, aber... Treffer gesetzt. Gott, jetzt sind die zu viert in dem Raum und reparieren. Toll. Dann schieße ich mal da mit. Darauf. Ja, verfehlt. Super. Das ist bloß ein Tropfen auf dem heißen Stein. Aber... Ne, ich muss hier drauf schießen. Zu zweit sind die halt echt böse. Gott, jetzt reparieren die zwar in ihrem Raum, aber die sind auch angeschlagen. Ich hoffe, die können sich nicht selbst reparieren. Gut, man lernt nicht aus. Kackdinger. Die sind gar nicht mal so schlecht, sollte ich mir vielleicht merken. Jetzt warte ich auf die Ionenbombe. Das Ding ist noch leicht angeschlagen. Jetzt da rauf. Super. Treffer gesetzt. Bei uns kommen sie so leicht nicht durch. Jetzt treffen wir nicht gut. Jetzt hätte ich beinahe gesagt, komm, lass ich mal deren Drohnensteuerung in Ruhe mit der nächsten Ionenbombe. Ich schieße mal weiter nur mit dem Schnellvorleser auf die Schilder. Auf den Schild. Aber das wird ja nichts. Trefft immerhin. Gott. Schnellvorleser auf die Reparaturdrohne. Mhm. Bitte töten sie uns nicht. Wir geben ihnen alles, was wir haben. Die haben bestimmt noch mehr. Das Angebot ist nicht verkehrt, aber ich habe jetzt so viel. Ich pfeife da rauf. Ist zu wenig. Meine Drohnen gleich kaputt. Damit wir auf Nummer sicher gehen, falls die noch nicht kaputt gehen, Drohnen kaputt. Yeah. So, aber Rebellenflotte. Ja, geht doch. Zweimal Treibstoff, zwei Raketen und vor allem 35 mal Schrott. Okay, so offenbart sich das also. Wir springen jetzt zum nächsten Sektor. Dann sind sie aber auch, wenn wir hier dann sind, im Sektor 4, sind die schneller da, bevor wir, ja, ja, naja. Wir können bloß zu einem Sektor, der da heißt, Engi-Gebiet. Unbekannter ziviler Sektor. Nicht die Heimatwelten, einfach nur Engi-Gebiet. Gut, jetzt haben wir aber schön für Schrott. Ich spare ja 150 für die Tarnung, auf jeden Fall. Du hast den Engi-Raum erreicht. Die Mantis bedrohen schon länger die Kernwelten der Engi, doch du solltest trotzdem deine Vorräte für die weitere Reise auffrischen können. Klingt gut. Bin ich mal gespannt. Ein Laden, aber gehe ich erst mal hier hin. Dann aber nicht nach da, weil dann kommen wir schon die Rebellen, dann müssen wir jetzt zurück. Jetzt verstehe ich das, wenn wir wirklich mal in einem Sektor ganz schnell raus sollten. Beispielsweise hier ist der Ausgang. Ich zeige es gleich einfach mal auf der Karte. Du fängst den Notruf eines Engi-Schiffs in der Nähe auf. Hilfe, erbeten. Gefahr vorhanden. Zerstörung steht bevor. Reagieren und an das Schiff fliegen könnte eine Falle sein oder Abstand halten. Ich bin Vordinge eines Kampfes. Du näherst dich und siehst, wie ein Mantis-Schiff eine kleine Engi-Raumstation angreift. Hoffentlich bekommen wir kein Engi. Ich brauche einen Mantis oder einen Feles. Du machst dich bereit zum Kampf. Zwei Schilder und Teleportet. Da kommt gleich ein Mantis rüber. Wo geht er hin? Er greift schon den Sauerstoff an. Achso, okay. Das ist auch zu sehen. Rüber, rüber. Eindringlinge entdeckt. Er will uns die Luft abdrehen. Der Arsch. Das ist ein guter Nahkämpfer. Kann er gegen unsere beiden bestehen? Ich glaube, ja. Schulz hat sich verbessert. Oder ein Laser. Dann auf jeden Fall die Schilder aufrechterhalten. Unser Kollege. Ich hätte ja schon... Natürlich auf die Schilder. Wobei, die Ion-Bombe ist gleich fertig. Ich warte auf die Ion-Bombe. Gehst mal dahin, damit wir sehen, was bei denen los ist. So, jetzt auf die Schilde, bitte. Treff dann auf die Waffen. Meinetwegen können die den Mantis nochmal rüberschicken. Habe ich kein Problem mit. Heilen. Und die Waffensysteme brennen lassen. Das ist gut. Dann können wir auf die Schilde schießen. Bis die das Feuer aushaben. Ja, die schießen nicht mehr auf uns. Die haben auch keinen Bock mehr, irgendwie anzugreifen. Die sind jetzt irgendwie, das Schiff nicht zu verlieren. Müssten sie eigentlich den Antrieb aufladen, weil es bringt jetzt nichts, das hier noch zu löschen. Die haben eh ist noch was, aber die sollten jetzt zusehen, einfach abzudampfen. Die können gerade nicht angreifen und wir haben gute Waffen. Das sollten sie wissen. Das verstehe ich nicht ganz, was die machen. Die werden schon wissen, was sie machen. Und gut reparieren können sie auch nicht. Feuer verdienen sie gar nicht so viel, wie ich gehofft habe. Teleporter kaputt. Schilde auch nicht gut. Das sieht gut aus. Gleich geladen. Heilen und jawohl. Wir bekommen einen Treibstoff im Drohnteil und 35 Schrott. Und bitte kein NG als Besatzungsmitglied. Bitte ganz viel Bergungsgut. Jetzt habe ich... Warum wird das hier nicht angezeigt? Da war überall was, was hinzukam. Die Engstation ist schwer mitgenommen und es gibt Anzeichen für einen heftigen Kampf. Die Mantis müssen den Notruf aktiviert haben, um andere Schiffe in die Falle zu locken. Ach, die Schweine. Aber wir haben was bekommen. Ich habe das doch gesehen. Gut, dahin ist Quatsch. Auf zum Shop. Mal gucken, was er hat. Ich hoffe, er hat auf jeden Fall zwei Seiten. Hoffentlich hat er auch Crewmitglieder. Einen Mantis und einen Feles, bitte. Die Engi können aus einem einfachen Haufen Schrott erstaunliche Dinge zaubern. Zum Glück haben wir drei davon. Können sie ganz viele erstaunliche Dinge schaffen. Der Engi-Schwarm an diesem Signalpunkt verkauft. Ausrüstung für genau das. Tarnon! Notfall-Atemgeräte, Donensteuerung und Crew-Teleporter. Wir haben zwei Menschen. Wollen wir das mal machen? Wir könnten in Anführungszeichen ein Besatzungsmitglied opfern, weil wir gerade eh schon viele haben. Ich gucke mir aber lieber nochmal Seite 2 an. Ich werde auf jeden Fall alles reparieren. Wobei, Waffen sind auch nicht verkehrt. Hüllenstrahl. Zwei Energie-Schaden pro Raumtreffer ein. 14 Sekunden. Zweifach-Schaden bei Räumen ohne System. Es wird aber auch schwierig dann gegen den Endboss, gegen das Rebellen-Flaggschiff. Da würde ich ja ganz gerne lieber auf Räume schießen, die auch was drin haben, damit die Sachen, die da drin sind, auch nicht wirken können. Aber ein Problem war ja auch beim letzten Kampf gegen das Rebellen-Flaggschiff. Ich habe dann mit meinen Angriffswaffen, wenn ich mal durch die Schilde gekommen bin, jetzt habe ich ja die Ionen-Bombe, die sollte besser sein als die normale Bombe, dann habe ich ja kaum Schaden an seiner Hülle gemacht. Oh, nee. Pegasus-Rakete. Die hat schon ordentlich Dampf. Schüsse pro Ladung 2, normaler Schaden 2, Schilddurchdringung 5. Aber nochmal Rakete, das wäre Quatsch. Da hole ich mir den Hüllenstrahl. Und die Tarnung, das sind dann 220. Und dann brauche ich noch Energie vielleicht für die Tarnung. Und für die Waffe sowieso. 2. Okay. Und dann hier noch. Ah, es kostet viel. Haben wir noch irgendwas, was wir verkaufen können? Nö. Und dann auch ganz, ganz machen. Ah, Beichler ist an. Jetzt schicke ich mal ihn rüber. Er hat schon lange genug gewartet. Böp, 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 böp. Ich finde dieses Heilungsgeräusch auch niedlich, schön. Alle rüber. Räume tauschen. Können wir uns Energie? Ja, könnten wir. Dann könnten wir die Krankenstation und Tarnung zugleich dann haben. Aber ich spare lieber, ich will schnellstens den Hüllenstrahl aktivieren. Ja, da kommen die Rebellen schon. Wegen doppeltes Punkt. Das kann ich mal zeigen. Also sind wir beim Ausgang. Die Rebellen sollten mal bloß hier sein. Und wir sind schon da. Dann rücken die, währenddessen wir hier vorrücken. In diesen gewohnten Abständen erstmal im alten Sektor weiter. Ehe die dann im neuen Sektor erscheinen. Schätze ich mal. Okay, wo gehen wir lang? Wir können jetzt nicht so viel abklappern. Deswegen sollten wir vielleicht zusehen hier. So, vielleicht geht das klar. Beiß wirkt wie ein Punkt zu viel. Mal gucken. Ich kann ja, wenn ich hier bin, immer noch so direkt abbiegen. Da gehe ich jetzt erstmal nach oben. Wenn ein Auftrag ein Not-Signal kommt, dann kann ich ja immer noch abschweifen. Ein Rebellenschiff ruft dich. Föderationsabschau. Was? Darauf haben wir lange gewartet. Ein Schild Rebellen Disruptor. Oh, oh. Sieht aber interessant aus. Feindliche Kampfdrohne greift dein Schiff an. Kann deaktiviert werden. Ja, aber was schießt das Ding? So, okay. Sieht aber anders aus, als die gewöhnlichen Laserstrahl schießenden Drohnen. Hm. Bzz, bzz. Oh. Zum Glück muss die Tarnung nicht aufladen. Ausweichen bei 80. Hoffentlich hilft das. Oh, das war hier wichtig bei der hier. Okay, Schnellfalllaser. Wäre bereit. Dann direkt mal auf die Waffen. Die habe ich keinen Bock. Oh, der ist gut angekratzt worden. Na, wobei es geht. Hat stärker gewirkt, als es dann doch war. Was will ich jetzt machen? Die Schilde komplett runterfahren. Die Drohne ist mir gerade ziemlich egal. Die könnten vielleicht abhauen, aber ich schieße lieber auf die Schilde damit. Jetzt hätte ich mir doch Raketen kaufen. Wir brauchen die doch recht oft. Beim nächsten Shop hole ich mir, glaube ich, Raketentreibstoff. Damit kommen wir erstmal lange aus. Nochmal kurz zu bedenken. Ion-Bomb auf die Schilde. Die sind dann ganz lange weg vom Fenster. Oder die Waffen machen gar nichts mehr. Dann kann ich noch munter auf die Schilde schießen. Wobei, wenn die Schilde ganz weg sind, dann kann ich auch ganz munter auf die Waffen schießen. Ich bleibe dabei. Hoffentlich trifft es. Jawohl. Als nächstes dann... Ich habe auf die Waffen geschossen, ich glaube. Ich habe gar nicht auf das Symbol geachtet. Naja. Eintreffer, nur schade. Tarnung wäre auch bei denen bereit. Bevor die wieder schießen können, ist unsere Tarnung wieder da. Das war gar nicht mal so doof in dem Sinne. Hätte wieder besser sein können. Hauptsache trifft es mit seiner Rakete... Oh, oh. Nicht... ...auf unsere Schilder. Deshalb böse. Dann kommt nämlich die Drohne durch. Die Bombe wäre bereit, aber ich spare sie gerade mal. Am Ende ist die richtige Rakete weg, aber die wird gleich wieder da sein. Schießt unsere Laser-Air, bevor die wieder rauskommt? Ja, sieht's aus. Jetzt brennst er, dann können sie ja nicht so schnell reparieren. Das ist gut. Dann spare ich mir die Bombe. Ah, der muss abgezogen werden. Das ist auch gut. Nehmen Sie alles, was wir haben. Ja, mehr Bomben, aber viel zu wenig Schrott. Nein, danke. Wir beide vergessen, was passiert ist. Niemals! Der Typ ist tot und der Rest auch. Super. Zwei Treibstoffe drunter und 44 Schrott. Können wir nämlich gerade gebrauchen. 35er und 85 und dann muss noch da. Da spare ich noch ein klein wenig. Vielleicht kommt ein Shop. Vielleicht bekommen wir ein tolles Crewmitglied. Ich brauche unbedingt einen Nahkämpfer. Wobei unbedingt, wir hätten zwei Menschen, die im Nahkampf auch nicht verkehrt sind. Wenn ich den Shop anfliege, wir haben jetzt nicht so viel zum Ausgeben. Ich muss erst mal die Waffe zum Laufen bekommen. Ich würde mir bloß ein Crewmitglied kaufen. Wenn wir Pech haben, in Anführungszeichen Pech, dann bekommen wir in diesem Sektor sowieso noch eins. Ich fliege am Laden vorbei. Nehmen so viele Punkte mit, wie es geht, damit wir mehr Schrott bekommen. Als du im System ankommst, ruft dich sofort ein ziviles Engie-Schiff. Der Kapitän erscheint auf dem Bildschirm und fragt, seltsame Fehler. Können sie bei Fehlersuche helfen? Sich hier Probleme anhören. Das könnte aber auch eine Falle sein, wenn die uns wieder was auftischen und währenddessen unsere Schilder deaktivieren. Erklären, dass du nichts vom Programmieren verstehst und verschwinden. Wir haben drei Engie, die hervorragende Sachen schaffen können. Mantis mit Fehlfunktion gefunden. Glaubt, er wäre Mensch. Nimmt Eingabe nur von Menschen an. Gefahr an Einstufung extrem hoch. Erbitten Hilfe. Shuttle mit einem Team losschicken. Verschwinden. Ein Mantis in Bedrängnis ist zu gefährlich. Ja, der kann gut nahe kämpfen. ein menschliches Crewmitglied, ein menschliches Crewmitglied losschicken, um mit dem Mantis zu kommunizieren. Das könnte schief gehen. Lieber ein Team losschicken, als warum können Menschen mit Mantis besonders gut kommunizieren. Mantis mit Fehlfunktion. Glaubt, er wäre Mensch. Wir könnten ihm als wirklicher Mensch sagen, hier, du bist blam blam. Hoffentlich schicken wir keinen falschen Menschen los. Wir haben zwei, die gerade kein wichtiges System haben. Ich probiere es mal. Der Mantis freut sich, einen anderen Menschen zu sehen und stellt sich als Robert Smith vor. Der Robert. Er erklärt ihr, dass er von einer Menschenkolonie in der Nähe stammt und gerne dorthin zurückkennen möchte. Aber wir können ihn nach Hause bringen. Oh, es handelt sich um eine Bergbausiedlung, die sich auf FTL-Treibstoff spezialisiert. Wir haben gerade zu viel. Roberts Familie sind die leitenden Ingenieure und sehr froh und dankbar, ihn zu sehen. Ach, wir machen das gleich. Ist gar keine Quest oder wie? Mal gucken. Scheinbar wollte er sich wie sein großer Bruder der Föderation anschließen, wurde aber als Rekrut abgelehnt. Ihm eine Position auf deinem Schiff anbieten. Er ist ein Mantis. Fragen, ob er sich deinen Antrieb mal ansehen könnte. Dann könnte er uns vielleicht Energie oder hier was bringen. Ne, wir nehmen ihn mit. Er nimmt dein Angebot gern an, da er schon immer der Föderation dienen wollte. Super! Jetzt sind wir sogar schon zu siebt. Geil. Ah, tolle Geschichte, die wir erlebt haben. Wir können kein weiteres System besetzen, kein wichtiges System. Wir haben nirgendwo mehr einen Kopf, dann bleibt einfach mal hier. Cool, jetzt sind wir schon vier Menschen und ein Mantis und drei Engi. Im Grunde sind wir zu acht. Gut. Ein Notfall. Da, 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 da wäre möglich. Oder wir machen es... Ich würde ihn doch ganz gerne mitnehmen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Die sind viel zu weit hinten. Ich klappe die hier ab. Ja. Oh, ein Grünschild und zwei Schild. Ein Piratenjäger. Zuerst sieht es aus, als wärst du in einem leeren System angekommen. Doch ein Schiff taucht hinter einem Planeten auf und ruft dich. Haha. Ich bin der tote Pirat. Stukor. Ach, er ist tot, das ist ja. Gut. Gleich werden sie sterben. Aber immerhin spricht er uns mit sie an. Das ist nett. Oh, haben wir auch. Ah, sieht dick aus. Sieht auch dick aus. Ihr braucht unbedingt bald den Höhlenstrahl. Schon mal rüberschieben. Was? Er wechselt seine Waffenposition. Das ist doch Taktik. Wir können uns ja gleich noch tarnen. Wir müssen aber erst mal deren blöden Schild drunter ballern. Werden das eine Ionenbombe benutzen? Ich würde mal sagen, nein. Nein, womöglich prallt die nur ab. Ich wüsste es gerade nicht. Deswegen setze ich sie einfach mal nicht ein und werde mich noch mal bei nächster Gelegenheit belesen. Was hier dann beim Schiff steht. Jetzt schießen wir erst mal ja irgendwie die Schilder runter. Und wir tarnen uns, wenn die will ich auf das Ding warten. Das Ding ist jetzt... Wobei, einmal geht es vorbei und zweimal trifft es, dann macht es keinen Schaden. Ich gucke mal. Ich will lieber dem Ding da ausweichen. Natürlich trifft es. Ich warte auf die Ionenbombe. Du schießt weiter auf Schilder. Stimmt sogar. Das dumme Ding. Achso, das Ding ist jetzt komplett kaputt gegangen. Jetzt schießt das aber auch gleich. Immerhin 80. Äh, 60. Nicht mehr 80. Trifft's. Jetzt habe ich nicht geguckt. Hat es irgendwas gemacht? Nö. Das machen die zu viert ganz. Das ist gut. Oh, er hat ganz schön was abbekommen. Wenn die das nochmal schaffen... Ich schieße mir erst mal auf die Schilde. Gott, jetzt können wir auf die Waffen schießen. Der soll sich einfach mal heilen. Dann müssen wir aber auch... Aha, Energie abziehen. Aha, aha. Jetzt müssen wir kurz alle darunter leiden. Aber er kann ja gerade eh nicht schießen. Deswegen haben wir eigentlich die Ruhe weg. So, die können gerade eh nicht schießen. Deswegen können wir auch mal kurz den Raum alleine lassen. Wie sie alle loswuseln. So, ich kann ja wieder so machen. Das feindliche Schiff scheint seine FTL zu starten. Es versucht zu fliehen. Na, jetzt will es nicht mehr fliehen. Wobei es macht ein Angebot, falls sie nicht mehr rechtzeitig fliehen können. Sie haben uns gezeigt... Sie haben es uns gezeigt. Wir sind besiegt. Nehmen Sie das hier. Wir schämen uns. Hm, ganz bestimmt. Piraten. Und Treibstoffen drunter hat 22 Schrott. Nein, danke. Zur Sicherheit behalte ich die Ionenbombe bereit. Der ist noch verzögert. Wir könnten uns tarnen. Brauche ich aber gerade nicht. Er kann eh nicht schießen. Du schießt weiterhin darauf. Das Ding ist rot. Wollen wir uns ganz... Dann können sie nicht mehr wegmachen. Machen wir es auch so. Wobei, vielleicht schaffen wir es auch so. Solange das Ding rot ist, können sie ja gar nichts machen. Erst können wir da alle auf die Position gehen. Er wird einmal getroffen. Jetzt habe ich Hölle geopfert. Kameras wieder besetzt. Das Ding ist... Okay. Feind lädt FTL. Hahaha. 38 Schrott. Ein Treibstoff und ein Drohntal. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir erstmal eine kleine Pause. Der Planet sieht interessant aus. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und ciao, tschüss.